Hey, ich bin Kong und heute zeige ich euch, was ihr so unglaublich Geiles mit eurem Teil in der Hose machen könnt. Ganz genau, euer Smartphone. Diesen kurzen Clip habe ich mit dem iPhone 11 Pro Max gedreht. Alle Tipps in diesem Video könnt ihr selbstverständlich auf jedes andere Gerät übertragen. Bevor wir anfangen, möchte ich mich eben kurz bei euren mega krassen Support bedanken. Ansonsten sind weiterhin leider 87% der Zuschauer immer noch keine Abonnenten. Also, falls ihr mich irgendwie unterstützen wollt, drückt auf den Abonnieren-Knopf, würde mich unglaublich freuen. Aber fangen wir doch direkt erstmal an mit dem ersten Tipp. Hand aufs Herz, wer hält sein Smartphone beim Filmen? So. Ja? Ja? Ich auch. Ja, habe ich auch gemacht. Macht, glaube ich, jeder so, denn so kann man das meiste vom Bild sehen. Aber hier hat man viel zu viel Freiraum für Verwackler und beide Hände arbeiten gegeneinander. Stattdessen das Gerät mit einer stabilen Hand greifen, bei mir als Rechtshänder ist das die rechte Hand, dann mit der linken Hand 90 Grad versetzt unter dem Smartphone als Stütze nutzen. So arbeiten Hände nicht mehr gegeneinander, sondern einander unterstützend. Drück auf Pause, probiert das aus. Eine mega kleine Sache, aber ein riesengroßer Effekt. Der zweite Tipp ist die richtige Körperhaltung. Eine starre Haltung sieht zwar cooler aus, zerstört jedoch oftmals das Resultat. Stattdessen lieber wie ein Ninja gehen, sprich Knie einknicken und die Füße schön nach und nach abrollen. Tipp Nummer 3, die richtige Einstellung der Kamera. Habt ihr die Möglichkeit, nutzt die Weitwinkelkamera. Nicht nur, dass es durch den größeren Winkel einfach cinematischer wirkt, es reduziert jegliche mögliche Wackler enorm. Zusätzlich solltet ihr die automatische Beleuchtung und Fokus verriegeln, bedeutet, dass diese nicht permanent verändert wird und ihr so mehr Kontrolle über die Aufnahme bekommt. Beim iPhone müsst ihr dazu einfach auf die gewünschte Stelle tippen und gedrückt halten. Wollt ihr die Zähne etwas dunkler haben, einfach mit den Daumen nach unten ziehen. Wollt ihr das Ganze etwas heller haben, einfach den Daumen nach oben. Tipp Nummer 4, nutzt die Zeitlupenfunktion nicht nur für Zeitlupen. Für cremig-butterweiche Aufnahmen wie diese hier. Try to catch me howling at the moon. Nutze ich immer den Zeitlupenmodus. Wichtig ist, dass ihr die Bewegung hierbei etwas schneller ausführt als gewohnt. Nachdem ihr fertig seid, den gesamten Clip als Zeitlupe abspeichern. Tipp Nummer 5, eine minimale Bearbeitung ist besser als nix. Auch wenn euer Clip schon gut aussieht, schaut euch nicht davor auf den Bearbeiten-Knopf zu drücken. Selbst wenn ihr nur die vorgefertigten Filter verwendet, wertet es oftmals bereits das Endergebnis sehr krass auf. Wieder etwas erfahren und unter euch tobt euch hier etwas mehr aus, denn hier könnt ihr noch einiges aus euren Aufnahmen rausholen. Jetzt haben wir unsere butterweiche, leckere Aufnahme, aber die wichtigste Zutat fehlt. Psst, hört ihr das? Hört ihr das? Das ist die Geheimformel, das ist Tipp Nummer 6. Laut einer Studie an der Oxford University verbringen Filmemacher ca. 80% ihrer Zeit mit dem Suchen passender Musik. Zumindest gefühlt 80% ihrer Zeit. Aber auch hier gilt, der Sound ist oftmals wichtiger als das Bild. Und zum guten Sound gehört die richtige Musikauswahl. Die richtige Musik bestimmt das Pacing, die Stimmung und sogar den Look. Aber woher bekomme ich die ganzen guten Songs her? Hier habe ich ein paar Quellen, aber meine Hauptquelle seit zwei Jahren ist Artlist. Deswegen fühle ich mich mega geehrt und dankbar darüber, dass Artlist dieses Projekt unbedingt unterstützen wollte. Aber von den ganzen Plattformen da draußen, warum nutze ich persönlich für fast alle meine Projekte Artlist? Naja, das Ganze ist ziemlich einfach Nutzungsrechte. Sobald man sich bei Artlist angemeldet hat, kann man alle Songs und Effekte, die man sich heruntergeladen hat, nutzen. Und das sein Leben lang. Egal was für Projekte, egal ob YouTube, Facebook, Auftragsarbeiten oder Werbespots, ihr könnt die Songs für alles nutzen, was ihr euch vorstellen könnt. Für diejenigen, die Artlist einfach mal selber ausprobieren möchten, habe ich einen kleinen Bonus für euch. Denn sobald über den Link in der Beschreibung eure Bestellung tätigt, bekommt ihr zwei Monate on top. Für meinen Clip möchte ich viel Action, etwas Rockiges, etwas mehr Wumms, aber vor allem nicht langweilig. Nachdem ich 80% meiner Zeit wieder auf Artlist verbracht habe, habe ich diesen Song herausgefunden und einfach mal untergelegt. Wer mehrere Schichten erzeugen möchte, fügt noch ein paar Soundeffekte an den passenden Stellen hinzu. Und das ist das Endergebnis. So, ich hoffe, ihr habt durch dieses Video das eine oder andere dazulernen können. Falls ihr mehr solche Videos haben wollt oder vielleicht Anleitungen oder zum Schnitt, lasst es mich gerne wissen. Falls ihr mich supporten wollt, gebt mir einen Kommentar für den Algorithmus. In dem Sinne, geht nach draußen, genießt das Wetter, solange es noch schön ist. Spread some love and peace.